ja willkommen mein name ist dann die rt und ich begrüße euch zurück zu let's play volkyria chronicles in der letzten folge und jetzt mal nahm in der letzten folge haben wir kapitel 14 begonnen und die cutscenes angeguckt und jetzt sind wir in der level und ja wie wir ausgefunden haben die scheiße volkyr und haut alles weg hoffentlich als nächstes diesen panzer ja tank ist ein panzer wir müssen jetzt einfach nur die basis hier einnehmen und aufpassen dass alicia uns nicht auch abschießt weil ich glaube darauf hat so irgendwie bock so weit machen wir als erstes ich würde mal sagen wir nehmen als erstes mal wir nehmen als erstes mal claudia angucken ja so ein gefühl hier könnten überall mien liegen so heavy atelkennen ist mir irgendwie noch zu einfach warum sind hier überall ich kann ja nicht durch mich schießen wir uns von da nicht ab mein Gott was ist das denn ich muss erstmal hier entschärfen wenn ich vielleicht nicht da durchfahre und sie ist jetzt da rein da rein so okay ich hab gleich noch schießen sollen egal jetzt scheint keine minen da zu sein deswegen können wir ruhig vorfahren und den typen hat kaputt auch an lisa bitte nicht auf uns schießen wir sind doch freunde weißt du doch hoffentlich noch bei uns erlebt noch hier lebt noch ich mein gott hat sich das rohr irgendwie verändert ich habe da schon lange so ne wir gehen jetzt mal ganz weit zurück und lassen wir eigentlich schon da machen in weite mal vielleicht noch einige scouts da hinten packen muss man das mal hier er könnte sich vielleicht etwas als nützlich erweisen kann ich den typen abschießen wie fünf schüsse schüsse was ist das denn kommt da hinten noch hin da immer noch fünf schüsse warum auch kling was auch ein tritt salat ich glaube wir können jetzt nicht so viel machen im moment jetzt glaube ich nicht so eine schlechte idee ein bisschen nach vorne zu gehen mit einigen leuten ich bin mir jetzt nicht mehr sicher aber ich glaube da hinten kommt auch irgendwo verstärkungen ich glaube ich bin mir fast sicher dazu so ist du bist auch nicht kontern von da aus ne das bringt nix geil warte mal ist der eine typ dann bloß ich aber lisha irgendwo hat drinnen war nicht weit genug gehen allemal rein da können wir uns nicht treffen so eine gute idee ist na wo man kann so bestimmt hier irgendwie irgendwann abschießen immer ein problem ist ich weiß nicht ob alicia sie alle abschießt sowieso nicht aber wenn ich da hinten schon mal einig abschließt dann konzentriert sich auf etwas anderes auch nicht dann nicht auf mich ich glaube ja richtig blöd aber mal gucken schafft los bis dahinten hin ich glaube ich deswegen gehe ich einfach hier da kommt schon jawohl der arbeit getötet geil so ich möchte noch in einen typen einlegen den da muss ich auch irgendwie errichten schon vergeben und vergessen hat mal gestorben wird du wirst auch schon schaffen das ist auch irgendwo ich werde schon irgendwie treffen oder sind überall jetzt da rein und wir sehen sich solange niemand eine granat rein wirft sind wir in sich und wir sehen sich und wir sehen uns das wäre eine richtig blöde idee meine frau dann mann so war es zum fünf gewehr und einsparen und auch mal säcker kann ich aus irgendwo nicht mehr bewegen aber ich bin nicht genug hallo und ihr macht hat gar nichts aus das ist auf alicia mann alicia macht den platz na wie geht es ja ich habe rote augen da guck mal vertraust hinten im hintergrund nehmen wir an oder auch nicht schade ich dachte über den hintergrund zu gehen also positioniert war so jetzt noch das ding links wie dann nehmen wir die edelweiß waren es auf die altmodische art und weise ich noch mal erinnert du noch einen punkt als alicia schaffen wir es bis dahinten durch hat man nicht die alicia wenn man nicht wollen wir nicht abknallen so geht auch mal nach vorne name in 10 feier falls wirklich irgendwas von hier kommt dann tun wir mal abfangen so jetzt noch das ding am besten kaputt hauen wer ließ scheltert so oder so kaputt kommen ja könnte was wären wenn wir das alles erledigt haben dann können wir weiter nach vorne gehen so dann noch einer gut sollten wir euch noch ein bisschen weiter nach vorne gehen mein gott warum schießen die nicht auf mich euer problem kazem jetzt habe ich nicht ne wolle habe ich mir gedacht wir bleiben immer noch ein bisschen weil ich schon ein bisschen blöck positioniert na dann wo bis claudia ganz mal ruhig weil die kanalen sind zwar sie edelweiß und schraub zack drehen und fertig jetzt wird da hin dann würde ich sagen da war es erstmal lange alicia deine nähe es geht ganz bestimmt nicht näher an ok ja mein gott was ich will punkte jetzt haben da habe ich mein leben gelebt ja von der volküre getötet zu werden hat doch eigentlich auch was immer noch nicht dann gehen wir mal mit den scouts da hinten in den bunker rein ja die schar schießt uns doch nicht ab oder das machst du doch nicht macht ja recht nicht ok ich dachte sie schießt uns ab sobald sie uns zieht deswegen bin ich die ganze zeit da geblieben naja sie hat dort und zerstörung hinterlassen ok ist das jetzt gut oder schlecht für eine frage läuft die läuft locker dadurch so gut bin ich nur mit einer eingegangen der enemy occupiert kann ja space camp super das darf das nicht verlieren oder nach dahinten perfekt ich mache ich platt erst mal kämpft ich glaube ich noch alle da hinten na wartet ihr dromedarius na wartet ihr so glaube ich ein paar punkte jetzt noch ich komme euch jetzt dahin da wird sehr unhübsch macht ich doch nicht so breit man willst du in diese ungerechtigkeit stirbst du als erstes sniper wenn man das scout wir kommen treffen paar bitte also war das überlebt ist mich auf den arm nehmen vielleicht wenn ich die da hinten nicht erledigt ich habe doch ein getötet wird schon sagen so ne sagt haben wir getroffen geil jetzt mal das läuft noch alles wunderbar vielleicht weiter mit dingen sein wollen so für meine ding sind jetzt keine gefahr mehr für meine panzer nicht gut jahren du kümmerst dich wie dicken panzer um den dicken panzer ist ja nur einer dromedarius ob du den erwischt ja super fragezeichen ich habe ihn getroffen ich habe es genau gesehen du stehst jetzt ungünstig john oh man ja ja auch ich noch gern klar du ich frage mich nicht richtig die sogar warum denn lieber leben die hat alles lass dich mal da rein hier hübschen da hat er in sieben natürlich überhaupt nicht mit seiner lanze so ich vertraue mal deinen scharfschutz künsten so muss nur überhaupt treffen einige von denen am besten noch ihn zack gut so ich bin awesome so lange der eine jetzt nicht fünf mal auf unserem panzer schießt dürfte eigentlich kein problem sein klaustrophobisch klaus 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 noch was noch ein rock rock avor warum zum warum denen so wenig abziehen man und schon sagen einen ersten schuss mussten so zuges mal type nicht hier rein ich muss sagen wenn ihr miet drin gewesen da hinten noch ein paar genauer super ich habe mein snipe an jetzt alles weg mann alle den crowd und tiger der wisch von hier nicht so ich möchte mal der panzer ein bisschen herkommt deswegen sagen ich beende den zuck mal und gucke was jetzt noch passiert hat so eine gute idee war wo scheiße ja du mich auch wo es tun die gesamten truppen im wahlgeil in bewegung sitzen ja gerne noch mal das ganze das war sehr gut der weg sich noch nicht mal weg der idiot was aber ich hätte nein noch ein scharfschütze und so viel warum sind es wieder neu gekommen was soll hat denn ich verarschen schießt den abwäkeln warum warum denn sie warum schon wieder eikar ja schon wieder eikar gestorben was soll hat denn so viele leute noch der tut den am weitesten die am weitesten entfernt sie natürlich abballern wir sind richtig blöd da funktioniert schießt ihn doch ab schießt ihn wenigstens ab die kommen die kommen uns jetzt alle rein wollen uns kaputt schießt ihn auch in die mine rein töten juno naja klingt wie so eine so eine dingens hier nennt man das bobby gun luft pistole irgendwie so kleine bällchen irgendwie verschießt welken warum schießt du eigentlich keinen ab da war wohl nix na genau mein gott hört doch mal auf warum sind das wie los komm näher los jawoll er steht jetzt richtig perfekt ja stell dich auch noch ein trefft euch alle drei gleich das ist vollgebracht da also ich glaube ich sollte ein paar leute dahinten den ballern einmal schon ein kam ja brauche ich habe die sniper da oben auf dem kippen doch nicht immer wieder auf wäre ich blöd da kommt schon mixa hatte tötet ihr habt ihr heute alle drin treffen was soll das eigentlich das umfeld haben so viele punkte gehabt nutzer reingehst und sie einsammelt ne kicken kollaps jetzt irgendeiner da reingeht und sollte eigentlich karetten ist hat eigentlich mal da war ich gut muss nach reingehst und sie aufsammelt ne gut wenn du jetzt da reingehst und eika aufsammelt ne alter alter bleibt stehen gut da ihr seid jetzt alle dran das garantiere ich euch na klar er kann wozu wissen das haben wir aber ganz schön viele punkte und die game alle im nächsten part aus ich bedanke mich herzlich zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge auf hier Untertitelung des ZDF, 2020